hallo und herzlich willkommen zu diesem video und zwar möchte ich mit euch gemeinsam also wenn der ein oder andere vielleicht lust darauf hat ein december daily basteln vielleicht nicht so ein richtiges december daily aber irgendwie doch schon doch 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 und zwar habe ich mir dafür ein foto album besorgt das habe ich mir bei amazon bestellt ich mach das einmal mit das sind so kleber und eine anleitung oder so was das brauchen wir nicht zur seite es geht ich habe so was in der art ist schon einmal und was ich daran sehr sehr praktisch ist dass man halt das buch schon fertig hat wir müssen uns das nicht selber machen aber man kann es selber gestalten es ist hat halt noch ein wenig platz wodurch wir halt ganz klar ordentlich was reinpacken können was super ist und das sind mehr seiten als wir brauchen werden auf jeden fall auch drin und es sind schöne stabile seiten und die können wir dann natürlich wunderschön gestalten in dem fall ich kann die wunderschön gestalten ich hoffe sie werden wunderschön das ist natürlich auch noch mal sowas aber ich bin da guter dinge wie gesagt es sollen die simba daily werden ich möchte das so machen die erste seite so ja so eine willkommensseite sage ich mal hallo und herzlich willkommen die simba daily sozusagen und dann bekommt jeder tag eine doppelseite und das gestalten wir tatsächlich oder ich zumindestens jeden tag mit euch zusammen für 24 ein anführungszeichen türchen oder vielleicht machen wir auch bis zum 26 gucken wir mal oder vielleicht auch bis ende des monats das ist wirklich halten die simba daily wird das ist wirklich passend ist wir schauen mal wie viele seiten es sind damit das auch ich habe die ich müsste die durchzählen das wollte ich jetzt nicht machen 24 sind auf jeden fall das sollte auf jeden fall klappen wir schauen wie es klappt und wie wir da durchkommen das ist auf jeden fall das was ich ganz gerne dafür benutzen möchte vielleicht hat der ein oder andere ja auch irgendwie sowas noch zu hause rumliegen manchmal hat man ja so ein altes fotoalbum wo man nicht weiß was mache ich damit würde sich anbieten ansonsten kann ich euch das ich verlinke euch das einfach unten dann könntet ihr das schauen und vielleicht wollt ihr ja auch genau dasselbe das kann natürlich auch sein so ich lege das mal zur seite ich habe mir dann noch und das war mehr zufall und glück das sind mängelexemplare die würde ich gerne dazu auch nutzen diese ja ich sag mal bücher wie gesagt das sind mängelexemplare die sind irgendwie defekt also hier sieht man auch mängelexemplare das hält auch alles nicht so gut also das würde jetzt auf dauer wahrscheinlich sowieso auseinander fledern hier sieht man das auch das ist hier gerissen von daher warum dem buch nicht noch einen wunderschönen nutzen geben das möchte ich tatsächlich machen hier sieht man das glaube ich auch da war ein schempel drin genau mängelexemplar aber es hat halt wirklich schöne bilder die würde ich vielleicht ganz gerne nutzen und die gedichte die hier drin sind das ist sehr weihnachtlich gehalten aber wie ich finde einfach sehr schön gerade dieses buch finde ich das können wir ja super auseinander nehmen oder ich kann das man sieht schon es fällt schon so gut wie auseinander und das können wir oder kann ich dann auch noch irgendwie mit reinbringen ich weiß leider nicht mehr wo ich die gekauft habe die habe ich auch schon ein bisschen länger ich gucke mal ob ich die vielleicht bei amazon finde wenn ihr sagt das möchte ich auf jeden fall haben vielleicht gar nicht mehr zum basteln sondern einfach so zum lesen oder wirklich so dass man das hat ich finde die wunderschön also ich gucke mal vielleicht verlinke ich die euch auch aber das möchte ich halt wie gesagt gerne nutzen ich möchte möchte ein buch eine zweite chance sozusagen geben gleich könnte das jetzt auch neu hier machen aber einige seiten innen drin dass ich habe mir das halt angeguckt sind halt auch schief und das sieht nicht ganz so toll aus deswegen habe ich mir gedacht okay warum nicht dann machst du das so dann würde ich sagen ja machen wir hier mit weiter ich ziehe diesen ganzen stapel einfach es ist einfach und zwar das hier wer kennt es nicht action man geht dorthin und sieht was und sagt wow wunderschön will ich haben genau so geht es mir auch und in meinem letzten video bei miss sebi habe ich einen kleinen haul gehabt und da hatte ich gezeigt wie ich zwei oder drei von diesen blöcken gekauft habe aber ich habe ein paar mehr davon das sind nicht alle ich habe noch ein paar davon und das sind halt diy card making blöcke ich brauche keine karten mehr ich habe ein paar karten zu weihnachten mehr brauche ich aktuell nicht die reichen das heißt ich möchte irgendwie was anderes damit machen und für mich stellt sich momentan so ein bisschen die herausforderung was kann ich mit all den sachen machen ich meine die sachen sind wirklich wunderschön und ich möchte sie eventuell in dieses daily jetzt mit einbauen und ich denke da haben wir eine gute chance und da kann vielleicht der ein oder andere von euch mitmachen weil viele von euch und das weiß ich haben diese dinge auch zu hause und dann könnte man vielleicht sagen okay wir packen das alles auf instagram jeder macht vielleicht mit jeden tag oder vielleicht einfach nur an advent dass man sagt okay da hole ich das nach oder so fände ich eine schöne idee eigentlich könnte man vielleicht machen ja wie gesagt davon habe ich jetzt hier ein paar ich werde natürlich nicht alle verarbeitet bekommen das ist mir schon klar aber vielleicht einfach einen kleinen teil oder zumindest vielleicht wenn man sich nur auf einen block konzentriert mal sehen wir gucken dann habe ich noch die lux paper blöcke davon habe ich hier jetzt ja fünf davon ist einer doppelt ich blätter das einmal so so kurz drüber auch da ist unheimlich viel drin da können wir wahrscheinlich diese papiere sehr sehr gut nutzen ich möchte auch mit den restpapieren dann auf jeden fall noch was machen da schauen wir auch noch mal dass das und dass man am ende nicht so viele reste übrig hat was man da dann vielleicht noch mit machen kann schauen wir auch noch mal dass wir schon so eine kleine ideen wir gucken mal ja und dann habe ich diesen lux paper blog also ich zeige euch die falls einer sagt und genau die sachen habe ich auch zu hause könnt ihr einfach irgendwo kurz auf stop drücken habe ich den blog auch habe ich ihn nicht dann kann ich den mir auch aussuchen und das vielleicht genauso nachbasteln oder vielleicht habe ich eine viel viel bessere idee und könnte mir verteilen haben lassen ich freue mich drüber den haben wir doppelt packe ich auch mal zur seite und dann habe ich diese paper kraft sets noch ja davon habe ich auch ein paar tatsächlich viele sind schon was älter also ich glaube der jetzt nicht ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht diese auf jeden fall weil die habe ich raus und habe die hier oben abgeschnitten weil sie dann so eine dina vier größe haben wo sie aufstellordner passen so dass ich sie anständig wegräumen kann weggeräumt habe ich sie schon mal anständig immerhin jetzt möchte ich sie aber halt auch benutzen wie gesagt ich zeige euch das einmal schnell falls einer sagt das habe ich auch noch im schrank ich wusste gar nicht was ich damit machen soll jetzt ist die gelegenheit das sind schwarz weiß wobei schwarz weiß vielleicht machen wir auch so themen tages schwarz weiß tag oder so und mit so pinguinen oder sowas hier das haben wir hier kleine weiße hasen das ist schon wieder ein bisschen spezieller da müsste man mal schauen vielleicht noch mal auf das wir gucken einfach wieder zur seite das schieben wir mal da oben hin am besten wieder ja wie machen wir dann weiter ich würde sagen ich habe jetzt hier einfach mal ja meine box mitgebracht mit meinen ganzen halb perlen zum aufkleben so deko kram haben wir auch alle irgendwie oder viele von uns wahrscheinlich die halb perlen die es einfach mal im action gab wenn man groß zugeschlagen hat und irgendwie auch kistenweise damit füllen kann die möchte ich halt auch gerne nutzen das möchte ich gerne dazu nutzen auf jeden fall wie gesagt die ist einfach nur ja zum zeigen dass da halt noch einige dekoelemente dann dazu kommen ob es jetzt nur dabei bleibt bei halb perlen glaube ich nicht da kommt bestimmt noch was anderes aber wie gesagt zum zeigen dann müssen wir ja noch zahlen irgendwie drauf bringen auch die sache und da habe ich mir überlegt ich habe stanzform entweder nehme ich die vielleicht hat ja der ein oder andere eine andere idee allerdings gibt es ja beim action alles vom action diese wunderbaren blöcke der ist glaube ich auch vom letzten und da sind ja also jetzt habe ich den hier hinten raus geholt ich hoffe da ist das auch so ich meine aber bitte sei drüben da waren doch zahlen oder waren da keine zahlen doch da sind doch zahlen oder doch wollte ich doch die erste seite da sind zahlen drinnen man könnte auch rein theoretisch die nehmen dafür es gibt aber auch glaube ich Sticker sets für zahlen und sowas alles also da gibt es genug da würde ich sagen die würde ich wahrscheinlich vielleicht wahrscheinlich vielleicht die ein oder andere zahl davon und dann würde ich gerne noch so ein spezielles so gold ich weiß nicht ob ihr das gut seht so goldglitzerpapier aber glitzerpapier wäre auch schön roségoldpapier habe ich hier noch und ich habe noch muss ich immer so ein stück rüber eine ganze kiste voll wo ich schon angefangen habe zum beispiel für karten oder so das sind alles für weihnachtsschätze noch oder auch normale sachen also die normalen sachen jetzt nicht aber halt diese weihnachtsschätze die ich hier habe das sortiere ich immer so ein bisschen hier rein das sind sachen die übrig geblieben sind wo ich jetzt noch nicht weiß was mache ich damit und die können hier vielleicht auch noch zum einsatz kommen ja so ich denke das war's und ich gucke gerade ob ich hier noch was liegen habe ja ich habe hier noch sowas habe ich hier noch das gab es irgendwie mal für 10 Cent ist nicht mal drauf für 10 Cent im Teddy das ist auch schon uralt vielleicht kann ich das verwenden also einfach so ein bisschen weihnachtsdeko die man irgendwie rumliegen hat die würde ich gerne dazu nehmen was man auch machen kann vielleicht noch so als tipp manchmal hat man ja noch ein paar alte zeitschriften irgendwo rumliegen ich weiß nicht die flow oder oder definites diaries oder landliebe landlust ich weiß nicht wie das heißt ne landliebe ist der joghurt ne landlust heißt es glaube ich die gibt es auch immer so weihnachtsedition die kann man glaube ich auch ganz schön mit einbinden vielleicht habe ich eine irgendwo noch rumliegende alte dann nehme ich die mal dazu dann könnten wir da vielleicht auch so eine seite zu gestalten aber ansonsten ist das erstmal das was ich euch zeigen wollte was ich benutze und wie gesagt vielleicht hat der ein oder andere auch Lust dabei mitzumachen und ich würde sagen wir machen an der Stelle erstmal Schluss also in diesem Sinne ich wünsche euch einen wunderschönen Tag eine wunderschöne Adventszeit und freue mich wenn ihr mit dabei seid wie gesagt ich gucke mal ob ich euch ein bisschen was verlinken kann vielleicht finde ich Alternativen die ähnlich sind ich haue euch das einfach in die Infobox rein und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag euch noch bis dann, ciao!